Herzlich Willkommen zu einem neuen Youtube Video zu The Elder Scrolls Online. Im heutigen Video behandeln wir den Nachtklingen Heiler. Für mich einen der schwersten Heiler die es zu spielen gibt von einfach von den Klassenskills her gibt es jetzt nicht so viele die so krass eure Heilung unterstützen von daher ist das eine der Klassen die ich nicht unbedingt als Heiler spielen würde wollen aber natürlich gibt es sicherlich den einen oder anderen unter euch der gerne Nachtklingen spielt der ihn gerne als Heiler spielen möchte deswegen gibt es dazu jetzt natürlich hier auch ein Video viel viel Spaß und wenn ihr Feedback habt oder Fragen gerne ab in die Kommentare viel Spaß beim Schauen da befinden wir uns auch nun auf der Nightblade und wie in der Einleitung schon erwähnt ist die Nachtklinge eines der schwersten und halt leider auch eines der schlechtesten Heilerklassen im Spiel das beruht auf einer wichtigen Tatsache und zwar hat die Nightblade wenig Klassenskills mit denen sie heilen kann oder und vor allem gut supporten kann ja die Nightblade gibt keine einzige Synergie für die Gruppe die der Tank benutzen kann die die Ds benutzen können um irgendwelche Ressourcen zurückzuerlangen oder um irgendwelche Debuffs oder so zu Applyen ja das einzige wäre aus den unerschrockenen die nekrotische Kugel aber darum geht es ja jetzt nicht oder der Blutbrunnen Knochen Schild ne das werden noch so Synergien die man im späteren Verlauf mit Reingeh reinnehmen könnte um die Gruppe zu supporten mit Synergien etc aber wenn wir uns jetzt auf Stufe 50 konzentrieren hat die Nightblade halt echt fast gar nichts dennoch mache ich diesen Guide hier denn Nachtklinge macht schon viel Spaß zu spielen und wenn man sich einmal rein gefuchst hat ist die Nachtklinge natürlich gar nicht so schwer wir fangen einfach mal mit der Heilstab-Leiste an und dort nehmen wir natürlich die Standardskills ihr seht auf dem Char ist es noch nicht sonderlich gelevelt das macht jetzt macht jetzt aber nicht so den Unterschied ja wir fangen wieder mit dem Heilstab an auf dem Heilstab spielt der ganz klassisch alle vier Heilstab-Skills theoretisch könntet ihr das Schild weglassen aber ich wüsste jetzt nicht mit was für einem Skill man den austauschen könnte außer mit einem Damage Skill ja im späteren Verlauf klar Schild weg und Blutbrunnen Bubbles oder so rein ja aber jetzt für den Anfang spielen wir hier einfach doppelt Schild weil dieses Schild geht halt nicht immer auf euch und ist natürlich hier kriegt er sogar noch Magiker wieder ja ich bin hier wieder die erhabene Heilung eure größte Flächenfähigkeit hier Segen des Schutzes müsstet ihr dann natürlich umworfen in Kampfgebet dann haben wir hier die strahlende Regeneration und das ist jetzt hier auf der Nachtklinge neu dazu gekommen das spielt man eigentlich nur in bestimmten Situationen auf den anderen Heilern aber auf der Nachtklinge kann man das von vornherein spielen wenn man den Skill schon freigeschaltet habt der heilende Schutz heilt euer Ziel und gibt ihm ein Schadensschild sollte das Schild noch übrig bleiben wird sogar noch für die Restschild Stärke geheilt als Ultimate spielen wir hier die verschlingende Dunkelheit aus dem Schattenbaum gibt halt einfach eine Damage Reduce wie die Nova vom Templar in einem bestimmten Bereich was ihr nicht tun solltet dass ein Verbündete die Verborgen Synergie benutzt vor allem der Tank nicht da der Tank sonst unsichtbar wird und die Agro verliert und das könnte natürlich zu Problemen kommen ja natürlich halt derjenige der die Synergie nutzt Entschuldigung heilt sich vier Sekunden lang für insgesamt 17.000 das ist relativ stark das Problem mit der Unsichtbarkeit besteht halt dennoch weiter dann kommen wir zur zweiten Leiste auch hier habe ich noch die andere Blockade da man mit der Nightblade als Heiler eher nebenbei noch gut Damage machen kann habe ich hier auch die instabile Stormwand ihr solltet für den Anfang allerdings die längere Variante nehmen genauso wie wir hier den elementaren Entzug spielen für den Sustain dann spielen wir hier den erneuernden Pfad findet ihr im Schattenbaum dritter Skill die Heilung der Heilungsmorph erstens gibt dann Speed Buff für vier Sekunden nach Verlassen des Pfades und jeder Verbündete im Gebiet wird halt jede Sekunde für 1000 geheilt ist sogar ein relativ großer Bereich ihr seht da wo jetzt überall die schwarzen Wolken am Start sind wird man geheilt also schon ein sehr sehr guter Skill ja dann haben wir im Prinzip zwei Damage Skills am Start der Lebensfluss macht jetzt zwar nicht ganz so viel Schaden aber den könnt ihr einmal auf ein Ziel setzen und zwei nahe Verbündete oder ihr selbst werdet halt zehn Sekunden lang alle zwei Sekunden für 52 Prozent des verursachten Schadens geheilt das ist jetzt nicht viel auf der Stufe aber es ist Heilung es ist einfach Heilung die rumkommt ähm und dann spielen wir hier noch die Schimäre die Veränderung von Verschwimmen ähm erstens kriegt ihr äh größere Invasion was äh 25 Prozent weniger Damage durch Flächenfähigkeiten betrifft sehr sehr nice falls ihr es nämlich mal nie aus einer Fläche raus schafft könnt ihr damit äh gut überleben und des Weiteren gibt es noch kleinere Entschlossenheit was äh eure eure eigene Magie und physische Resistenz nochmal um 1300 bufft ja also gar nicht mal so verkehrt aber ihr habt gesehen äh eigentlich gibt es hier keinen einzigen Gruppenbuff äh den man hat außer Kampfgebet und äh heilender Schutz alles andere ist halt nur für euch selber gedacht das macht die Nachtklinge halt aus meiner Sicht äh zum aktuell schlechtesten Heiler den man spielen kann dennoch wenn man sie spielen kann die Nachtklinge dann ist man da natürlich auch als Heiler äh im späteren Endgame Bereich auf jeden Fall sehr gut dabei hier haben wir noch die Ulti den Seelenseifen reingenommen die Veränderung von Fetzen äh von Seelenfetzen und ähm ihr werdet dadurch geheilt und vier Sekunden lang sogar nochmal und eure Verbündete äh bekommen nochmal größere Vitalität was deren erhalten Heilung vier Sekunden auch nochmal um 30 Prozent erhöht mit den nächsten Patch dazu kommt aber nochmal ein separates Video werden die ganzen Miner also die größeren und kleineren Buffs ein bisschen geändert dennoch wird das hier ein starker Skill für den Anfang sein ja das war's dann auch im Prinzip schon zur äh Nachtklinge auch hier nochmal kurz zur Einblendung ich habe keine CPs aktiv und ich habe hier wieder das Standard Setup Verführung zwei Teile von Kalthafens Günstling für den Magiker Buff und fünf Teile äh Magnus einfach hier mit Heilstab und Blitzstab zum erklären wie gesagt ihr könnt einfach das nehmen was ihr findet wichtig ist dass ihr drei Rüstungsarten tragt ja leicht mittelschwer damit ihr alle drei Rüstungsarten levelt und ein Heil und ein Blitzstab damit sind wir mit dem heutigen Video hier am Ende ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen wenn ihr Fragen oder Feedback habt ab in die Kommentare und über ein Like oder ein Abo würde mich freuen bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Video